Heute soll es um Könige gehen, in dem Buch der Sprüche, das wir zusammen lesen, in Kapitel 16, die Verse, die wir heute lesen werden. Da geht es um den König oder um Könige und der Autor dieses Buches, Salomo, er war selber König und er hat es für seinen Sohn geschrieben. Und somit ist es eine Lehre eines Königs für seinen Königssohn, für den, der ihm nachfolgen wird als König. Also wenn hier Dinge über Könige geschrieben werden, da schreibt Salomo einerseits Weisheiten, Spruchweisheiten über Regenten, Regierende. So ist das mit den Königen. Und mit den, die regiert werden, mit dem Untertanen. Er sagt aber auch etwas oder er lehrt eigentlich auch seinen Sohn die Weisheit Gottes. So sollte ein König regieren. Das ist in Gottes Sinne ein guter König. Und eine dritte Sache, die in diesen Sprüchen zu finden ist, grundsätzlich in den Sprüchen, aber auch ganz besonders in den Sprüchen über den König. Wenn wir das alte Testament lesen, wenn wir vom Christus lesen, von dem Gesalbten, in den Psalmen, aber wie gesagt auch hier in den Sprüchen vom König die Rede ist, dann spricht es eine Wahrheit aus, die für die Zukunft gilt. Es hat etwas Prophetisches. Es geht um den kommenden König. Die Juden haben auf den kommenden König gewartet, den die Propheten vorausgesagt haben. Gott hat gesagt, ich werde einen König senden. Da wird ein König kommen, der wird in Gerechtigkeit regieren. Und darauf haben die Juden gewartet. Und viele haben nicht gesehen, haben nicht erkannt, dass er schon gekommen ist. In Jesus, dem Christus, dem Gesalbten, dem König. Aber wie ist er gekommen? So ganz anders als erwartet. Nicht mit großem Pomp, mit großer Pracht und Herrlichkeit, nicht mit Reichtum und Stärke, sondern ganz niedrig. Ein einfacher Mann, so wie du und ich. Ein Zimmermann. Und er hat gelebt unter dem Volk. Und seine Herrschaft bestand darin, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, sichtbar werden zu lassen, schon im Voraus. Er hat Zeichen gesetzt des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes. Und worin bestanden diese Zeichen? Darin, dass er Gefangene freigemacht hat. Menschen, die in ihrer Sünde gefangen waren, hat er herausgeholt aus ihrer Sünde, aus dem Gefängnis. Menschen, die Ausgestoßene waren, hat er wieder hineingeführt in das Volk, in die Familie Gottes. Menschen, die krank waren, hat er geheilt. Menschen, die blind waren, ihnen hat er die Augen geöffnet. Menschen, die lahm waren, er hat sie zum Gehen gebracht. Menschen, die tot waren, hat er zum Leben erweckt. Und die ist buchstäblich, aber auch im geistlichen Sinne. Das ist die Herrschaft Gottes, die sichtbar wurde in seinem Dienst, in seinem Weg. Nicht darin, dass er eine prächtige Krone trug, dass er prächtige Kleider anhatte, dass er ein großes Schloss hatte, dass er viele Bedienstete hatte. Nein, er hat gesagt, so machen es die Könige dieser Welt. Aber ich bin ganz anders. Ich bin derjenige, der aller Diener geworden ist. Ja, der sogar bereit ist, sein eigenes Leben für das Leben seines Volkes, für das Leben der Menschen zu geben. Das ist unser König. So ein ganz anderer König, als die Könige dieser Welt. Er regiert nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe. Er lässt sich nicht bedienen, sondern er dient. So hat Gott ihn offenbart. Und so kommt der Christus zweimal. Und das ist eine Sache, die den Juden verborgen war, die sie nicht verstanden haben, die in den Propheten nicht so deutlich zu lesen ist. Aber Gott hat es gefallen, seinen Christus, seinen König schon einmal zu senden auf diese Erde. Nicht um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen mit Macht und Gewalt, sondern um die Herrschaft anzutreten in den Herzen der Menschen, die ihm glauben, die ihm vertrauen. Aber er wird wiederkommen. Davon spricht die Bibel ganz klar. Das ist Prophezeit. Das wird kommen. Der König wird kommen. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen auf dieser Erde. Und deswegen sprechen die Sprüche hier, wenn sie über den König sprechen, wenn sie auch in idealer Weise über den König sprechen, dann sprechen sie auch über den kommenden Christus, über das kommende Reich Gottes. So wollen wir diese Sprüche lesen, in dieser vielfältigen Auslegungsweise. Ja, Gott hat etwas zu sagen über das Hier und Jetzt, über Politik. Manche Menschen versuchen das schön zu trennen. Sie sagen, ja, das ist die Politik. Da geht es nicht um Gott. Das ist hier Religion. Da geht es um Gott. Es ist alles schön getrennt voneinander. Alles ein eigenes System. Nein, Gott wagt es, ein Grenzüberschreiter zu sein und er maßt sich an, etwas über unsere Politik zu sagen. Warum? Weil er unser Schöpfer ist. Weil er der Herr der ganzen Welt ist. Weil er über den Dingen steht. Weil es keinen Bereich gibt, keinen menschlichen Bereich, wo er nicht drin ist. Du kannst nicht vor ihm fliehen. Du kannst nicht in die Politik ziehen und sagen und Gott außen vor lassen. Nein, Gott hat auch was zur Politik zu sagen. Und wir werden auch in Vers 11 sehen, er hat auch was zur Wirtschaft zu sagen, zur Ökonomie. Manche Menschen, wie gesagt, trennen das. Manche Christen trennen das. Ja, montags bin ich bin ich halt in der Wirtschaft tätig. Da gelten die Gesetze des Marktes. Da kann ich nicht den Leuten mit Gott kommen. Oder Montag, da bin ich halt politisch unterwegs. Da gelten die Gesetze der Politik, des Politikgeschäfts. Da muss ich Gott außen vor lassen. Ja, sonntags, da gehe ich zur Kirche. Da ist Gott wichtig. Aber so ist es bei Gott nicht. Die Herrschaft Gottes bezieht sich auf unser ganzes Menschsein, auf unsere ganzen menschlichen Bereiche. Und Gott hat was zu sagen, auch für den Bereich der Politik, für das Jetzt und Hier. So hat er das gesagt, in Römer 13 lesen wir das, dass Gott Regierung eingesetzt hat. Die Regierung ist von Gott. Dass wir Regierung haben, ist von Gott. Das ist etwas Gutes. Wir Christen sind keine Anarchisten. Wir kämpfen nicht dafür, dass Regierung, menschliche Regierung abgeschafft wird. Wir sind dafür. Regierung ist etwas Gutes. Das hat Gott eingesetzt. Jetzt wollen wir uns das mal angucken, hier in Vers 10 von Sprüche 16. Da steht, Orakelspruch ist auf den Lippen des Königs. Beim Rechtsspruch redet sein Mund nicht treulos. In Israel war der König gleichzeitig auch der oberste Richter. Er war derjenige, der über Recht und Unrecht zu entscheiden hatte. Und hier steht am Anfang, Orakelspruch ist auf den Lippen des Königs. Das ist ein merkwürdiger Spruch. Orakelspruch heißt, ja, das was ein Wahrsager sagt. Menschen sind damals in Israel tatsächlich auch zu Wahrsagern gegangen. Das sollten sie nicht. Gott hat es verboten. In seinem Gesetz sogar unter Todesstrafe gestellt. Weil Wahrsager nicht ihr Wissen von Gott empfangen hatten, sondern mit spirituellen Mächten in Verbindung waren. So ist es auch heute noch. So viele Menschen suchen in Deutschland, obwohl wir uns als christliches Land sehen und bezeichnen würden, obwohl viele Menschen aus dem Ausland sagen würden, ja, Deutschland ist doch ein christliches Land. So viele Menschen in Deutschland suchen ihren Rat, ihre Hilfe, ihre Orientierung bei Wahrsagern, in allen möglichen spirituellen Dingen. sie suchen Hilfe und Orientierung und Rat überall, wo sie es kriegen können, nur nicht da, wo sie es suchen sollten als gute Christen bei Gott. Jesus hat Gott hat gesagt durch den Propheten Jesaja, dass dieses Kind, was geboren wird, wo Gott seine Herrschaft drauflegen wird, der kommende König. Er wird benannt mit einem wunderbaren Namen, das heißt wunderbarer Ratgeber. Jesus ist unser wunderbarer Ratgeber. Wenn du Orientierung für dein Leben suchst, wenn du einen Rat brauchst, wenn du Wegweisung brauchst, wo sollst du hingehen als guter Christ? Zu deinem König Christus, bei ihm findest du Orakelspruch, bei ihm findest du Weissagung und so wie Salomo das hier sagt, glaube ich, bezieht er das auf sein eigenes Leben. Ja, er sagt, der König ist dafür zuständig, Weissagung auszusprechen, Wegweisung zu geben, Orientierung zu geben, die Richtung vorzugeben. Ein König ist dafür von Gott vorgesehen. Und so hat er das selbst auch empfunden. Lass uns das mal nachlesen im ersten Königebuch, Kapitel 3. Da geht es um den Anfang der Herrschaft Salomos. Sein Vater war vor kurzem gestorben und in Vers 5 von Kapitel 3 steht, in Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht, also mich, zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich aber bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Salomo war zu diesem Zeitpunkt kein kleiner Junge, er war ein Mann. Aber er fühlte sich so. manchmal fühlen wir starken erwachsene Männer uns wie kleine Kinder. Das hat Stefan vorhin so schön gesagt. Für unsere Kinder sind wir die großen starken Männer, die alles können, die alles wissen. Manchmal tun wir auch so, als ob wir das so wären. Manchmal wehren wir das gerne. Manchmal lassen wir das so raushängen vor unseren Kindern, als ob wir das auch wirklich wären. Aber dann gibt es diese Momente in unserem stillen Kämmerlein, wo wir vor Gott entweder buchstäblich oder im Geiste auf die Knie sinken, wo wir anfangen zu weinen und zu jammern und zu winseln, wo wir nicht ein noch auswissen. So ein Mann steht hier vor euch. Es ist so. wir kommen immer wieder in solche Situationen. Und so auch Salomo. Er ist jetzt frisch gekürt, frisch eingesetzt in seine Regierung. Er ist König. Du bist jetzt König. Haha. Und plötzlich bricht es alles über ihn zusammen. Er merkt, ich bin völlig unfähig dazu. Ich weiß nicht ein noch aus. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dieser großen Aufgabe gerecht werden? Und meint ihr, unseren Regierenden geht es anders? und das hier ist der König des Volkes Gottes, des Volkes Israel und es ist der Sohn des Königs David und David war ein Mann nach Gottes Herzen und Gott hat Salomo auf den Thron gesetzt und er streckt sich aus zu diesem König. Er erscheint ihm im Traum. Er möchte nicht, dass dieser König jetzt irgendwie sein Ding macht. Er möchte nicht, dass er irgendwie sich so zurechtwurschtelt. Nein, er streckt sich aus zu diesem König, um ihm das zu geben, was er braucht. Aber er prüft ihn. Er prüft ihn in dieser Situation. Er sagt, bitte mich, was du willst, ich gebe es dir. Und Salomo macht es seinem Vater nach. Er sagt, mein Vater war ein Mann, der in Aufrichtigkeit vor dir gelebt hat. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ganz aufrichtig, ganz echt. Ich kann es nicht. Es ist zu viel für mich. Es überfordert mich. Ich kann dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Was soll ich machen? Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast. Auch dieses Wissen um die Verantwortung, das sind die Menschen, die dir gehören. Und ich soll sie jetzt leiten, ich soll sie führen, ich soll Recht sprechen, ich soll Gerechtigkeit. Das ist dein Volk und du wirst von mir Rechenschaft fordern. Eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz. Auf wen soll und will Salomo hören? Auf seinen König, auf seinen Gott. Ein hörendes, man kann auch übersetzen, ein gehorsames, Herz. Derjenige, der gehorsam einfordert, will selber gehorsam sein. Was für ein wunderbares Gebet, oder? Ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Gib mir diese Gabe, dass ich erkennen kann, was gut, was böse ist in den Menschen. Denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten. Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Du kannst alles beten. Gott straft dich nicht für dein Gebet. Aber es gibt gute Gebete und es gibt schlechte Gebete. Es gibt selbstsüchtige Gebete und es gibt Gebete aus dem Geist Gottes heraus, die Gott wohlgefällig sind. Und Paulus sagt, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich bin zu doof zum Beten. Aber Gott sei Dank, er gibt mir seinen Geist, der mir hilft in meiner Schwachheit und mir hilft, Worte zu beten, die Gott wohlgefällig sind. Guck mal, schon zum Beten brauchst du Gottes Hilfe. Weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten, hast dir nicht ein langes Leben gewünscht oder eine lange Herrschaft und du hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, hiermit habe ich nach deinen Worten getan. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Du wirst der weiseste Mensch auf Erden sein für alle Zeit. Und auch das, was du nicht erbeten hast, habe ich dir gegeben, sowohl Reichtum als auch Ehre, sodass es unter den Königen kein wie dich gibt, alle deine Tage. Und wenn du auf meine Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Und dann wird uns direkt gleich im Anschluss eine Geschichte erzählt, wo sozusagen das offenbar wird, welche Weisheit Gott Salomo gegeben hat. Da wird ein ganz abstruser Rechtsfall uns vorgeführt. Zwei Frauen, die zusammen in einem Haus leben und beide ein Kind geboren haben, die kommen vor ihm und bringen ihre Kinder mit und das eine ist tot, das andere lebt. Denn eins dieser Kinder ist im Schlaf gestorben. Und die beiden Frauen werfen sich gegenseitig vor, folgendes vor, das tote Kind ist das von der anderen. Die eine Frau sagt, ja, ich hatte ein totes Kind in meinen Armen, aber das ist gar nicht mein Kind. das ist das Kind der anderen Frau, das ist im Schlaf gestorben und sie hat es vertauscht. Die andere Frau sagt, nein, das ist völliger Dünnsinn, das stimmt gar nicht, das lebendige Kind ist mein Kind, das tote Kind ist ihr Kind. Und nun steht Salomo davor, vor diesem Fall und soll richten über das Ganze. Und uns wird gezeigt, dass Salomo ein Orakelspruch, ein Weisheitsspruch, ein weises Urteil fällt, er sagt, nehmt das Kind und schneidet es in der Mitte durch. Wir würden sagen, ja, das ist ja tolle Weisheit. Ein Kind, um das sich gestritten wird, das wird einfach in zwei Hälften geteilt und geteilt. Das ist so die übliche Logik von kleinen Kindern. Also wenn es Streit gibt um eine Sache, dann muss man sie halbieren aber er sagt es, weil er Weisheit von Gott hat, weil dieser Spruch ihm zeigen wird, wer die wahre Mutter ist. Und das wird dann offenbar. Die Mutter, die diese Liebe einer Mutter in sich trägt, die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes, die Agape Liebe, die nicht auf sich selbst gerichtet ist, so wie Salomo nicht sein Glück, sein Heil, sein sucht hat, sondern die Ehre Gottes, dass er dem Volk ein guter König sein kann. So weiß er, die wahre Mutter, sie wird das Kind hergeben, damit es lebt. Die wahre Mutter ist bedacht um das Leben ihres Kindes, nicht darum, dass sie das Kind hat. Sie gibt es her, wenn es nur am Leben bleibt. Und so ist es dann auch. die Mutter des Kindes sagt, tötet das Kind nicht, gibt es lieber der anderen. Die andere aber voller Bitterkeit sagt, ja, macht es mal nur, schneidet das Kind in zwei. Und dann steht hier in Vers 28 Und ganz Israel hörte das Urteil, dass der König gefällt hatte, und sie fürchteten sich vor dem König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, rechtes Gericht zu halten. So ist dieser Spruch hier ganz klar auf Salomo bezogen, Salomo selbst. Gott hat ihm Weisheit gegeben, dafür braucht es Weisheit, ein König soll Weisheit haben, Regierende brauchen Weisheit. Dadurch werden sie gerechtes Gericht üben. Jetzt lesen wir in Lukas 11 einen Spruch von Jesus. Er spricht von dem kommenden Gericht in Vers 31 von Kapitel 11 in Lukas sagt Jesus, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts, mit den Männern, mit denen Jesus hier spricht und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Ja, selbst die Königin von Sabah kamen, um die Weisheit Salomos zu hören. Und dann sagt Jesus etwas Krasses, siehe, hier ist mehr als Salomo. Gott hatte doch gesagt in 1. Könige 3, es wird keiner vor dir sein wie du und keiner nach dir. Was sagt Jesus hier also? Und das haben die Leute damals richtig gehört. Wir hören das hier nicht richtig, aber die haben das damals gehört. Jesus, du behauptest, dass du mehr bist als Salomo? Das ist Gottes Lästerung. Du versündigst dich an dem Wort Gottes. Gott hat gesagt, es wird keiner aufstehen, der weiser ist als Salomo. Jesus sagt, siehe, hier ist mehr als Salomo. So wie die Jünger, als sie im Boot waren und Jesus aufgestanden ist und zum Sturm gesagt hat, Sturm, sei still. Und der Sturm hörte auf und die Wellen beruhigten sich. Und sie sagten, was ist das für ein Mensch, dass er sogar den Wind und die Wellen gebietet und sie gehorchen. Sie haben erkannt, das ist mehr als ein Mensch. also unser König, er hat Weisheit, er kann dir Rat geben, übernatürlich. Er kann Recht sprechen, auf übernatürliche Art und Weise. Lass uns ihn suchen und seinen Ratspruch und seinen Rechtspruch. Wir gehen weiter in Kapitel 16 in Vers 11 Waagbalken und rechte Waagschalen sind Sache des Herrn. Sein Werk sind alle Gewichtsteine im Beutel. Hier geht es um den Handel. Und wie gerne wurde damals, aber auch heute noch getrickst, oder? Wenn es darum geht, eine Handelsware abzuwiegen, dann hat man so seine Wege und Mittelchen, wie man das hinkriegt, das, wenn man verkauft, die Waage so funktioniert, dass man für weniger, was man gibt, mehr bekommt. Dass derjenige, der kauft, denkt, er kauft ein Kilo, dabei sind nur noch 900 Gramm drin. Das haben sie doch irgendwann aufgehoben. Es gab so, früher gab es Regeln, wie viel Gramm drin ist und heute dürfen die das jeder selbst bestimmen. und dann hast du früher deine Packung, was weiß ich, 1000 Gramm Mehl und irgendwie um mehr Geld zu verdienen, machen sie die Packung jetzt kleiner, steht auch 900 Gramm drauf, also die betrügen ja nicht, die dürfen ja nicht betrügen, aber du denkst, du hast immer noch das Kilopaket. Jetzt haben sie ja schon so gemacht, dass du immer den Kilopreis dann auch drauf hast, auf dem Preisschild. Also mit allen Mitteln geht die Regierung dagegen vor, dass getrickst wird bei dieser Sache, mit der Waage, weil wir wollen das, wir wollen gerne tricksen, wir wollen gerne mehr draus schlagen und wenn wir ein bisschen leicht verändern, dann kommen wir am Ende noch besser bei rum. Aber Salomo sagt uns hier, Gott steht da drüber, er ist der Richter über diese Dinge. Ihm ist die Ökonomie, die Wirtschaft nicht egal. Betrug ist bei Gott auch Betrug und er wird das richten. Also du kannst es nicht einfach so machen, du kannst nicht den Gesetzen des Marktes folgen, und es nicht so genau nehmen mit der Ehrlichkeit, mit der Aufrichtigkeit, nein, Gott liebt gerechtes Handeln, auch in der Wirtschaft und er wird es belohnen, er wird dich segnen, ich sage euch, alle die ihr irgendwie in der Wirtschaft zu tun habt, vertraut darauf, dass Gott euch segnen wird, wenn ihr rechtschaffen seid und er wird es machen, macht den ganzen Scheiß nicht mit, der läuft, macht es nicht mit, Gott wird euch darin segnen, es gibt viele gute Beispiele, auch heute, aus dieser Zeit, Geschwister, die ordentliche Geschäftsmänner sind, die den ganzen Mist nicht mitmachen und trotzdem erfolgreich sind, trotzdem gesegnet sind, ihr braucht euch diese ganzen Lügen nicht einzulassen. Vers 12 und 13, ein Gräuel ist für Könige gottloses Tun, denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Das Wohlgefallen des Königs finden gerechte Lippen und wer aufrichtig redet, den liebt er. Also, hier wird gezeigt, es gibt Dinge, die für die Könige Gräuel sind und es gibt Dinge, an denen Könige wohlgefallen haben. Und, wie gesagt, es ist eine Lehre an einen Königssohn. Wenn du Verantwortung trägst, du bist vielleicht kein Königssohn hier, aber du bist vielleicht jemand, der Verantwortung über Menschen hat. Du bist ein Ehemann, ein Vater, eine Mutter. Du bist vielleicht, auf deiner Arbeit hast du vielleicht Verantwortung über Mitarbeiter. Vielleicht bist du jemand, der in der Gemeinde mitarbeitet und leitet einen Hauskreis, beim Kindergottesdienst mitarbeitet, in der Ältestenschaft bist. Lass dich lehren. Gott will, dass für einen König gottloses Tun ein Gräuel ist und dass Gerechtigkeit dein Wohl gefallen ist. Gott hat Regierung eingesetzt, steht in Römer 13, damit diese Regierung das Böse bestraft, das Gute belohnt. Lass dich von Gott unterweisen, was gut und böse ist. Verinnerliche das und dann handle danach in deiner Verantwortung gegenüber Menschen. Lass gottloses Tun nicht einfach so durchgehen, sondern Rechte mit denen, die unter deiner Verantwortung stehen. du sollst natürlich nicht in Zorn ausbrechen und dann mit der Hand zuschlagen und was weiß ich machen, aber gehe mit diesen Dingen um. Hab nicht deine Freude an Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit bei deinen Kindern. Lass es dir aber auch nicht egal sein, sondern lass es dir ein Gräuel sein, etwas was du zutiefst verabscheust. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in sündigen gottlosen Tun involviert sind. Ich bin verantwortlich dafür als Vater, als Mutter, dass meine Kinder nicht darin leben. Ich muss sie zurechtweisen, ich muss sie erziehen, ich muss ihnen Grenzen setzen, dass sie lernen, erkennen, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut. Aber wohlgefallen haben, an gutem Tun, ja, und dann auch zu loben, zu ermutigen, das ist richtig so, du gehst auf dem richtigen Weg. Geschwister, und wir loben unsere Kinder oft für Dinge, die gar nicht so toll und so wichtig und so besonders sind in Gottes Augen. Wir sollten sie insbesondere loben und fördern und ermutigen, wo sie gerecht handeln, wo sie der Gerechtigkeit Gottes Raum geben in ihrem Leben, wo sie ehrlich sind und aufrichtig, wo sie der Versuchung standhalten, alles durch Betrug zuzudecken. Wir sollten die guten Dinge fördern in unseren Kindern und in denen, die uns anbefohlen sind. Ja, wir haben Verantwortung vor Gott und deswegen lehrt uns Gott, du musst dieser Verantwortung gerecht werden. In Hebräer 13 steht, dass wir als diejenigen, die Leiter sind, Verantwortung vor Gott haben und Rechenschaft ablegen müssen über die Seelen, die uns anvertraut sind. Da müssen wir doch beten wie Salomo Herr, schenkt mir ein gehorsames Herz, schenkt mir ein hörendes Herz, dass ich dieser Verantwortung auch gerecht werden kann. Hilf mir, dass ich das sein kann, ein gerechter König, ein gerechter Leiter, ein gerechter Vater, eine gerechte Mutter, dass ich das Gute fördere und dem bösen Einhalt gebiete nach deinem Willen. Der Zorn des Königs ist ein Todesbote, aber ein weiser Mann wendet ihn ab. Im Leuchten des Angesichts eines Königs ist Leben und sein Wohlgefallen ist wie eine Wolke des Spätregens. Das ist hier ein Ausdruck dessen, dass wir als Untertanen einer Regierung ja, dass es uns gut geht, wenn unser König, wenn unsere Regierung uns freundlich anblickt. Wenn sie aber eine zornige Regierung ist, dass wir darunter zu leiden haben. Und deswegen ist es so wichtig, Gott ist es so wichtig, dass wir für unsere Regierung beten. Das ist ein Auftrag Gottes an uns. 1. Timotheus 2. Betet für alle Menschen, insbesondere für die, die in Verantwortung sind, in Leitungsverantwortung stehen. Betet für sie. Bete für deinen Chef. Bete für deinen Professor, für deinen Lehrer, für deinen Direktor. Bete für die Regierung im Bund, Land und Stadt. Bete selbst für die Regierung in der EU. Bete für sie. Das ist der Auftrag Gottes an dich. Der Auftrag Gottes an dich ist nicht, meckere über die Regierung. Kritisiere die Regierung. Läster über die Regierung. Spotte über die Regierung. das machen wir doch alles. Wie viel beten wir? Herr schenkt mir ein gehorsames Herz auch als Untertan, dass ich bete für meine Regierung, so wie du es möchtest. dass wir, so sagt Paulus das in 1. Timotheus 2, dass wir ein stilles Leben führen können. 1. Timotheus 2 sagt er, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Wisst ihr, wenn das Angesicht des Königs über uns leuchtet, wenn unsere Regierung uns wohlgesonnen ist, dann geht es uns gut als Christen. Mensch, wir sind so gesegnet mit einer Regierung in der Stadt, die uns wohlgesonnen ist. Wir können einen Kindergarten hier führen, wo wir zehn kleinen Kindern jeden Tag das Wort Gottes nahe bringen können, wo wir ihnen Liebe geben können und ihnen zeigen können, wie Gott sie liebt. Und die Stadt bezahlt dafür. Was für eine tolle Möglichkeit. Wir haben eine Regierung in der Stadt, die uns erlaubt, öffentlich auf den Plätzen zu beten, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, jetzt am Freitag. Wir haben eine Regierung, wo wir draußen Informationsstände machen können und Menschen zum Glauben einladen können an Jesus Christus. Am Freitag wird die Polizei uns begleiten, nicht weil sie aufpasst, dass wir auch nichts Böses machen, ja das machen sie auch, aber einfach um uns zu geleiten. Wisst ihr, in anderen Ländern ist das völlig anders. Da haben die Christen Angst vor der Polizei. Da können sie nicht öffentlich für den Glauben werben. Da werden sie, und wenn ich erzähle, dass wir von der Stadt Geld bekommen, um einen missionarischen Kindergarten zu leiten, die fassen sich an den Kopf und sagen, das gibt es doch gar nicht. Was habt ihr für eine gesegnete Regierung? Wir sind so gesegnet, Geschwister, und wir sind so undankbar. Und wir sind so ungehorsam, weil wir nicht für unsere Regierung beten. Das sollte Teil unseres täglichen Gebetes sein. Und eine andere Sache, damit will ich jetzt schließen. Der Zorn des Königs. Ja, es ist prophetisch auch von Jesus die Rede, von unserem König, der kommen wird. Lass uns das mal lesen in Offenbarung 6. Das sechste Siegel und diese Siegel stehen für einen Ablauf der Geschichte in der Endzeit. Für das Gericht Gottes, was über diese Welt kommt, über alle Ungerechtigkeit und Sünde. Und das sechste Siegel zeigt uns im Grunde das Ende dieses Gerichtes wie in einem Brennglas. Das wird dann später weiter ausgeführt in den weiteren Kapiteln der Offenbarung. Aber hier wird es sozusagen so ganz knapp zusammengefasst. Das sechste Siegel, also kurz bevor das Ende tatsächlich kommt. Vers 12 von Kapitel 6 Ich sah, als er das sechste Siegel öffnete. Wer? Das Lamm Gottes. Jesus, der geschlachtet worden ist, der sich am Kreuz hingegeben hat für unsere Sünden, der aber auferstanden ist und zur rechten Gottes sitzt, das Lamm Gottes, der Löwe von Judah. er 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 rechen, die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen. Zorn kommt über diese Erde, über jeden und insbesondere über die Mächtigen, über die Reichen, über die, die Verantwortung haben, aber auch über die Sklaven. Die werden nicht ausgenommen. Aber diejenigen werden besonders zur Rechenschaft gezogen, die Verantwortung getragen haben in dieser Welt. Der Zorn Gottes kommt, der Tag des Zorns und wehe dem, der unter diesem Zorn Gottes steht. Aber was sagt uns, das Leuchten des Angesichts des Königs ist Leben und wir durften, wie Stefan so schön gesagt hat, in Jesus ist uns Jesus begegnet und das Leuchten des Angesichts Gottes, der Gnade Gottes ist uns begegnet, in Jesus ist sie uns entgegen gekommen. Die Arme sind geöffnet, hey, der Zorn Gottes kommt, aber jetzt ist noch die Zeit da, dass du das Leuchten des Angesichts erfahren darfst, dass du Gnade erfahren darfst, dass du Gunst beim König bekommen darfst. Und das sagt Paulus im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 sagt er, Alle Alle Menschen erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Überall wird davon erzählt, was bei euch passiert ist. Ihr habt das Evangelium gehört und jetzt habt ihr euch bekehrt. Und die Leute sehen das, die merken das. Das ist nicht etwas Privates, etwas, was im Geheimen geschehen ist. Nein, es ist öffentlich geworden. Menschen haben sich öffentlich dazu bekannt. Sie haben von Jesus gesprochen und es war sichtbar, nämlich darin, dass ihr jetzt dem lebendigen und wahren Gott dient. Ihr dient nicht mehr diesen toten Götzen, sondern ihr dient dem lebendigen Gott. Das ist sichtbar geworden in eurem Leben. Deswegen erzählen die ganzen Leute jetzt davon. Und ihr erwartet seinen Sohn aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Der Zorn kommt über diese Erde, aber Jesus ist der Retter von diesem Zorn. Wenn du dich retten lässt, wenn du dein Herz öffnest und dich bekehrst und sagst, ja, ich will unter diese gute Herrschaft Gottes kommen, ich ihm gehorsam sein. So sagt auch Paulus in Kapitel 5 vom selben Brief, zwei Seiten weiter, in Vers 9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Dein Leben ist nicht zum Zorn bestimmt. Du sollst leben, sagt Gott. Ich will, dass du lebst. Ich will nicht, dass der Gottlose stirbt, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Du darfst Leben haben. Komm, komm in das Reich Gottes, komm unter die Herrschaft Gottes. Du wirst gesegnet sein, du wirst aufgerichtet, du wirst geheilt, du wirst befreit, du bekommst ein neues Leben, du darfst mit Christus regieren. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Jesus, wir danken dir, dass du dieser König bist, der gekommen ist und uns gezeigt hat, was wirklich gute, gerechte Herrschaft ist. Eine Herrschaft, die im Dienen besteht, in der Liebe. Ja, aber du bist auch dieser König voller Weisheit, der Rat und Orientierung gibt, der unser Leben richtig ausrichtet, der uns zeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere, was ihr braucht, persönlich gegeben werden. Herr, lass uns da vertrauen in unserem Leben. Ja, egal wie und wo wir leben, als Singles, auf unserer Arbeit, ja, als Ingenieure oder am Fließband oder, ja, auch wenn wir arbeitslos sind in unserer Nachbarschaft, Jesus, als Familienväter, als Menschen, die Verantwortung tragen, als Mütter, als Kindergottesdienst Mitarbeiter, als Hauskreisleiter, in geistlicher Verantwortung oder auch in weltlicher Verantwortung, hilf du uns, Herr. Lass uns auf dich schauen und von dir lernen und von dir hören, deine Weisheit annehmen, dich als König wirklich annehmen und uns von dir leiten lassen. Danke, dass du der wunderbare Ratgeber bist und dass wir bei dir alles finden, was wir brauchen. Herr, wir wollen mit dir gehen und danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten von dem Zorn Gottes über dieses ungerechte Weltsystem. Danke, dass du uns vergeben hast, obwohl wir Teil dieses Systems waren, ja, und irgendwo auch immer noch sind. Herr, danke, dass du uns vergeben hast und dass du uns befähigst, durch deinen Geist Zeugen und Zeichen deines kommenden Reiches zu sein, Herr. Amen.